Es gilt das saure Kohlgemüse als typisch deutsch in aller Welt. Es kocht in Küchen und Gemüse und wird aus Weißkohle hergestellten. Man brummt man in Mütte streifelt und Salz in Garten gemütlich weit. Im Fass gestampft soll er zum Reifen am besten auf der Rotenfall. Den Deckel darf man nicht vergessen, den man wie die Erfahrung lehrt. Der Weißkohle herangemessen mit einem Dickenstein beschmiert. Der Weißkohle herangemessen mit einem Dickenstein beschmiert. Der Weißkohle herangemessen mit einem Dickenstein schmiert. 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 Der Weißkohle herangemessen mit einem Dickenstein schmiert.